Das Wetter wird präsentiert von Momondo, deiner Flug- und Hotelsuchmaschine. Momondo für Reisende wie mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Wetter wurde präsentiert von Momondo, deiner Flug- und Hotelsuchmaschine. Momondo für Reisende wie mich. Musik Kampf und Leidenschaft mit viel Pathos verweist US-Präsident Trump in seiner Rede an die Nation auf die Erfolge seiner Präsidentschaft. Musik Und dafür kommen die Verhandler in anderen Punkten voran. Digitales Handtuch, Smartphone-App reserviert die Pool-Liege im Ferienhotel. Musik Ich auch. Freundliches Guten Morgen von Berlin nach Frankfurt. Ein freundliches Guten Morgen zurück. Ja, da waren wir ja alle. Also eigentlich ja schon auch irgendwie verbunden, sagen wir es einfach mal so. Natürlich. Werfen wir mal einen Blick auf die Märkte beim Dow Jones. Trotzdem, Franziska, willkommen zurück. Ich freue mich. Danke nach Frankfurt. Musik Es läuft, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Welt. Und damit guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Welt. Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt mal Ihre Rote. Das heißt, wir reden über das Wetter und wir haben eben schon mal ein bisschen gelinst. Es ist so ein bisschen Morgenrot zu erkennen hier auf der Dachkamera. Sieht ja ganz schön aus, aber Morgenrot, gut Wetter, tot, habe ich mal gelernt. Richtig. Auch nö. Ich meine, wir freuen uns ja schon über jeden Sonnenstrahl, auch wenn er was Schlechtes weiß. Man muss sich über den Moment freuen. Sieht doch ganz schön aus. Ganz genau. Wir leben im Hier und Jetzt. Das ist gut. Ich glaube, Demokraten und auch wir alle sind gut beraten, uns auf die inhaltlichen Details zu fokussieren, wenn gleich natürlich Melania und diese Geschichten doch für Aufmerksamkeit sind. Aber natürlich, Herr van der Lea, aber Sie wissen doch, der ein oder andere oder die ein oder andere interessiert sich schon, was da zwischen Melania und Donald noch geht oder eben nicht. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Nicht alle Ligen werden allerdings vorab zu buchen sein. Ein paar bleiben frei. So ein bisschen Sport im Urlaub tut ja auch ganz gut. Und spaßig ist das Ganze ja auch irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Also geht mir völlig ab, dieser Spaß. Aber es gibt so den ein oder andere, haben wir ja gerade gesehen, der kann sich kaum halten vor. Ja, Entschuldigung. Wir kommen zu dir. Sonne würde uns auch gut tun. Also ich meine, schön, dass es uns wieder gibt. Ja, voll inhaltlich. Nur das Bild hier hinten ist ein bisschen scharf. Können wir da was machen? Regie? Nein. Es ist so trüb. Ach, das ist das Problem. Es ist so trüb. Ich dachte, ich habe die falsche Brille auf. Und die Kamera ist es auch nicht. Das Wetter bitte, Marira. Soll ich dir was sagen? Es wird noch drüber. Ja, es ist ja gut, Benjamin. Das Wetter. Es wird noch drüber. Okay. Ja, also heute wird es so richtig ungemütlich, allerdings aber auch erstmal ungewöhnlich mild. Norden bleibt es eher bei Regen. Also bis hierhin schafft es der Winter nicht, beziehungsweise noch nicht. Und weißt du was? Er braucht auch gar nicht mehr kommen. Danke fürs Wetter, Marira. Sehr gerne. War ja im Vorfeld nicht alles so kunterbunt und rosig. Wie hat es sich denn entwickelt, Franziska? Süß, wie du den Markt zusammenpasst und beschreibst. Das gefällt mir sehr gut. Ja, in der Tat. Nicht kunterbunt und rosig. Das kann man so sagen. Ist nicht so richtig gut gelaufen gestern für den DAX. Dafür sehen wir heute hier einen Stabilisierungsversuch. Dann aber schon mit der Farbe rot. Also bunt, grün, passt. Ja, und das mit den guten und schlechten Tagen passt auch. Ja, es gibt sie, die guten und die schlechten. Und gestern war ja eher ein schlechter, für uns zumindest. Danke nach Frankfurt. Absolut, absolut. Da wird ein nachgebautes Wikinger-Schiff einfach abgebrannt. Schön warm dort. Brauchen wir momentan auch so ein bisschen Wärme oder warme Gedanken, weil... Ach komm, also darüber können wir nun wirklich nicht mehr. Ganz mild ist es. Aber halt ungemütlich. Das Wetter. Kein Widerspruch, das Wetter. Oh, danke. Trump, die Amerikaner zur Einigkeit auf, preist die Aufbruchstimmung im Land und kündigt an, dass das US-Gefangenenlager Guantanamo doch offen bleiben soll. Also zur Rede der Nation an die Lage der Nation. Gleich mehr in der Sendung. Bleiben Sie dran. So, und jetzt geht unser Blick nach oben, nach ganz weit oben. Wobei jetzt allerdings erstmal zu Mick Loche, unserem Experten für Raumfahrt und alles, was da so im Weltall stattfindet. Mick, wir haben gleichzeitig einen blauen Mond und einen Blutmond, also einen roten Mond. Wie geht das denn? Ja, und die Erde ist noch ganz, oder der Mond ist noch ganz nah an der Erde dran. Wir sprechen heute von einem super Ereignis, von einem Blue Moon und das nennen die Amerikaner so. Und das können wir jetzt auch in dem Film zeigen. Wenn zwei Vollmonde in einem Monat sind, dann färbt sich der Mond für den englischen Sprachgebrauch. Blau tut er aber in Wirklichkeit gar nicht. Der Witz der ganzen Geschichte, das Spektakuläre ist, der Mond eiert quasi um die Erde herum. Er ist also nicht kreisrund unterwegs und deshalb ist er jetzt heute sehr nahe, sehr, sehr nahe. Der Apogäum ist fern von der Erde unterwegs und heute ist er sehr nahe dran an uns, 363.000 Kilometer. Und das ist das Besondere, denn er erscheint uns damit 30 Prozent heller und natürlich auch entsprechend größer, weil er nahe dran ist. Also wir sehen es hier nochmal, Apogäum, wenn der Mond ganz weit weg steht und wenn er ganz nah dran steht, erscheint uns das Ganze heller. Also das ist ein Phänomen von dreien, die heute geschehen. Das Interessanteste ist vielleicht der Blutmond, der sogenannte Blutmond, sehen wir hier im Bild. Das Phänomen entsteht, wenn sich der Schatten der Erde über den Mond legt, das sehen wir hier ganz schön, ich gehe mal ein bisschen zurück. Die Sonne streift nur noch die Erde und die Strahlen, die dann am Mond noch ankommen, die färben ihn durch langweiliges Licht dann rot. Der sogenannte Blutmond ist aber nur im pazifischen Raum in Asien zu sehen, nicht bei uns. Bei uns ist der ganze Zauber leider erst um 17 Uhr zu sehen, wäre er zu sehen, aber da ist er schon vorbei. Wir sehen hier, wie die Mondfinsternis hier vorbeizieht und wir sind dann in 17 Uhr, wenn bei uns etwa der Mond aufgeht, ist dieser Spuk vorbei, ist dieser Phänomenale vorbei. Den super blauen Mond, den Blue Moon und den Super Moon und den super nahen blutigen Mond, den sehen wir natürlich 2037 wieder. Es gab es bei uns schon mal in Europa in den 80er Jahren. Also ein Spektaklauf, das sich viele im asiatischen und pazifischen Raum werden freuen können. Super Blue Blood Moon, ich freu mich drauf. Und die besten Bilder gibt es natürlich dann hier bei Welt, ist klar. Also ein SBBM, ja? So ist es. Mick, danke schön. Wieder was gelernt. So, jetzt schauen wir zur Wirtschaft und zur Börse. Einmal mit Franziska den SBBM erleben. Das wär's. 2031 hast du gesagt, Mick? Ja. 2031. Was hältst du davon, Franziska? 2031, wir beide den SBBM. 2031? Du und ich? Absolut. Wir beide. Ich trage es mir direkt ein, sobald wir das Datum haben, oder? Wäre schön. Ich bin dabei. Irgendwie ne nette Idee. Wie lang ist denn das noch? Das sind noch 14 Jahre, ne? Also ich hoffe, ich hoffe, dass ich... Machen wir das noch. Ne, ich sag's jetzt nicht, aber sehr gern. 37? Ne, 37, sagt Mick Locher gerade noch mal. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, ja? Wir können das echt generalstabsmäßig vorbereiten, dass dann wirklich alles klappt. Boah, dann wird das ein richtiges Event. Also dann passt wirklich alles. Das wird toll. Werfen wir einen Blick auf den Markt. Nicht ganz so toll läuft das für den deutschen Leitindex. Franziska, danke schön, nach Frankfurt. Bitteschön, das Wetter, Marira. Dankeschön. Bitte. Ganz wie der Regisseurs wollte. Kurze Übergabe. Ne, es ist zu schlecht, das Wetter, als darüber zu reden. Man möchte nicht drüber reden, ne? Ja. Du hast vergessen zu sagen, dass der Winter jetzt doch noch kommt. Habe ich vergessen, ja? Ich weiß es nicht. Ich brauche ihn nicht mehr. So, Franziska, ja, so, zack, eindrehen. Wir sind drauf. Los, weiter geht's von der AktionärTV. Franziska Schimke in Frankfurt. Wir wollen natürlich wissen, Mitte der Woche, was macht unser DAX über Bitcoins? Und so haben wir eben geredet. Jetzt wollen wir handfeste Werte haben vom DAX. Und genau deshalb habe ich mich eben nochmal umgedreht, um zu gucken, wie der DAX tatsächlich gerade aufgelegt ist. Und wenn das so schnell geht, rauf und runter, immer mal wieder umdrehen, natürlich alles die aktuellsten Werte. Dankeschön, Franziska, nach Frankfurt. Und bei uns im Studio ist jetzt Mick Locher und das heißt, wir reden über Raumfahrt und alles Mögliche, was so im Weltall stattfindet. Das ist ja so einiges, genau, der Mond. Der Mond. Der ist ja nun eigentlich immer da, aber jetzt ist gerade alles irgendwie total besonders. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber es ist natürlich ein wunderbares Bild hier von der NASA geliefert. Der Vollmond. Schön zu sehen. Er erscheint uns ein bisschen größer als sonst. Aber das ist nicht das Entscheidende, denn wir sprechen ja heute von einem fantastischen Mondtag mit drei speziellen Ereignissen. Und eines davon ist der sogenannte Blue Moon. Und das Blue Moon steht im Englischen für zwei Monde, die innerhalb eines Monats erscheinen, und zwar zwei Vollmonde. Und das wollen wir uns jetzt vielleicht hier auf der Karte mal angucken, wenn sie denn nun kommt. Im Moment ist sie noch nicht da. Hier sehen wir es. Hier war sie. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Also es gibt zwei Vollmonde heute in diesem Monat im Januar. Und das ist das Interessante an dieser Geschichte. Aber das noch Interessantere ist natürlich, der Mond ist heute sehr, sehr nah an der Erde. 362.000 Kilometer rückt er uns auf die Pelle. Und es ist Vollmond. Er sieht größer aus als sonst. Er wirkt größer als sonst. Er wirkt heller als sonst. Und natürlich dann kommt noch als drittes Schnäppchen dazu, dass der Mond durch den Erdschatten der Erde wandert. Und dadurch wirkt er besonders, da haben wir es ja, da wirkt er dann besonders schön rot. Wir sehen das hier, Apogeum, der weiteste entfernte Punkt von der Erde. Und der Perigeum ist der nächste, also jetzt zur Zeit. Und das bedeutet, dass er, wie ich habe es gerade erzählt, 363.000 Kilometer zu uns steht. Und das wiederum bedeutet, er wirkt wunderbar, haben wir gerade live gesehen, in den NASA-Aufnahmen 30 Prozent heller. Und er wirkt auch ein bisschen größer, 14 Prozent ungefähr wirkt er größer, weil er jetzt eben so nah an der Erde steht. Aber das Entscheidende und das Schönste heute, was wir in den nächsten Stunden noch sehen werden live, ist, dass der Mond durch den Erdschatten wandert. Und der Kernschatten der Erde wird ihn verdecken, aber nicht ganz. Denn dann werden die Sonnenstrahlen, die an der Erde vorbeischraben, langweiliges Infrarotlicht, werden in dieses rote Licht tauchen, in diesen Blutmond. Und das ganze Spektakel findet in Asien im pazifischen Raum statt. Ungefähr eine gute Stunde wird dieser volle Blutmond zu sehen sein, dann ist das Spektakel vorbei. Wir werden hier in Europa leider nicht viel davon sehen können, denn wir sehen es gleich nochmal an der Skizze, wie der Verlauf der Mondfinsternis sein wird. Er wandert also hier durch und hier im pazifischen Raum, Hawaii, Asien, Ostasien, werden wir ihn sehen, währenddessen er bei uns so rot nicht zu sehen sein wird, weil bei uns der Mond erst gegen 5 Uhr heute Nachmittag aufgeht. Also rekapitulieren wir nochmal super blauer und Blutmond und Mondfinsternis alles zusammen. Gibt es erst wieder 2037 bei uns in Europa zu sehen, aber wir zeigen es nachher nochmal richtig schön. Und ich freue mich schon auf die Bilder dann morgen. Vielen Dank, Mick Locher. Drei Dinge auf einmal. Sensationell. Ja, bei uns geht's weiter mit der Wirtschaft und der Börse am Mittag. Die Siemens Hauptversammlung, die steht da heute ganz im Zeichen des geplanten massiven Jobberbaus in der Kraftwerkssparte. Und außerdem erhöht die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose kräftig und der DAX, der liegt gleich zu. Einzelheiten und Einschätzungen gleich bei Dietmar Deffner.